In diesem Videobeitrag ein paar Bemerkungen zum holländischen Bericht über essbare Insekten, der am 15. Oktober, also ziemlich genau einen Monat nach dem Bericht der Belgier, veröffentlicht wurde. Es sind nicht sehr viele Unterschiede zwischen diesen beiden Berichten, deshalb werde ich nicht im Detail nochmal die Dinge vom belgischen Bericht wiederholen, die hier kopiert werden sozusagen, sondern vor allem neue und andere Aspekte, die in diesem Bericht erscheinen, hervorheben. Die Grundlagen sind ja dieselben. Man ist sich nicht ganz sicher, was die europäische Food Safety Behörde entscheiden wird, und ob sie entscheiden wird, dass Insekten als Novel Foods zu betrachten sind. Und wenn in Zukunft Insekten als Novel Food angeschaut werden, dann heisst es auch, dass alle Insekten und alle Insektenprodukte, die für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind, einen kompletten europäischen Marktzulassungsprozedere, eben diese Novel Food Prozedere durchlaufen müssen. Was, wie man bereits weiss, von einigen wenigen solchen Market Approvals unter der Novel Food Verordnung sehr langwierig und sehr teuer sein wird. Und sich dann immer die Frage stellt, wer zahlt denn dieses viele Geld, wenn nicht Großfirmen, Food Riesen sozusagen, die sich dafür dann aber auch Exklusivrechte, Patente und Monopole versprechen und ganz sicher auch sichern werden, wenn so viel Geld in die Hand genommen werden wird. Das Paper der Holländer richtet sich also auch an diese Europäische Food Safety Kommission, die diesen Entscheid jetzt bis Ende 2015 vorbereiten soll. Und sie gibt eigentlich auch eine relativ pragmatische Sicht auf diese Dinge. Man soll Insekten zulassen als Nahrungsmittel für die Menschen. Man soll aber eigentlich ähnliche Regeln beachten wie bei der Produktion von anderen tierischen Lebensmitteln, vielleicht mit dem Unterschied, dass man bei den Insekten eine Behandlung, eine Erhitzung eigentlich vor der Konservierung durchführen sollte. Also keine rohen Insekten gegessen werden sollten. Etwas, was übrigens auch schon empfohlen wird bei den Pilzen. Auch Pilze sollten heute nach dem neuesten Stand der Wissenschaft eigentlich nicht mehr roh gegessen werden. Auch wenn das jetzt bei den Pilzen zum Beispiel in der Schweiz noch nicht explizit so geschrieben ist. Die Holländer haben sich eigentlich bei ihrem Bericht dann beschränkt auf drei Insekten, die bereits vorgesehen sind und in Holland bereits gezüchtet werden für die menschliche Ernährung. Das ist der Tenebrio Molitor, das ist der ganz normale Mehlwurm. Dann ist es der Lesser Mehlwurm Beetle, das ist eigentlich Alphitobius, Diaperinus, ist ein kleiner Schwarzkäfer auch wie Tenebrio Molitor. Und es ist die Wanderhäuschrecke. Das sind interessanterweise genau die drei europäische Wanderhäuschrecke und Tenebrio Molitor, das sind zwei, die auf der Schweizer provisorischen Liste jetzt drauf sind, zusammen noch mit Acheta domesticus. Ja, man kann sich natürlich fragen, warum diese Beschränkung auf diese drei Arten, das ist ja keineswegs, ich wiederhole mich da sicher, das tut mir sehr leid, keineswegs ein Abbild dessen, was weltweit überhaupt gegessen wird. Und es fehlen hier große andere Gruppen und Ordnungen von Insekten, die wichtig sind. Zum Beispiel die Hemiptera, das sind die ganzen Wespen, Bienen, Ameisen. Dann fehlt natürlich bei diesen dreien auch Lepidoptera, also Bombix mori, Sami aritini, die meist gegessenen Insekten weltweit überhaupt. Also man hätte doch zumindest hier bei der Auswahl dieser drei Tiere nicht einfach nur darauf zurückgreifen sollen, was in Holland bereits produziert wird, sondern vielleicht einen Blick wachen können auf eine vielleicht sinnvollere Zusammenstellung einer solchen Probeliste im Bereich essbare Insekten. Hat aber nicht stattgefunden, wir wollen das jetzt auch nicht weiter noch ausführen. Die Resultate dieser Studie wollen wir vielleicht kurz zusammenfassen. Man hat in diesem Bericht immer wieder betont, dass diese Larven vom Mehlwurm mit leerem Darmtrakt eigentlich untersucht wurden. Aber dieses Entleeren des Darmtags ist natürlich eine Prozedur, die nicht absolut durchgeführt werden kann, sondern das ist etwas, was man macht, indem man die Tiere einfach zwei Tage hunger lässt. Und es gibt andere Studien, die zeigen, dass das gar nicht dazu führt, dass die mikrobielle Belastung dadurch kleiner wird. Man hat diese Tiere also zwei Tage wahrscheinlich fasten lassen, hat sie dann abgewaschen, gefroren und in 50 Gramm Paketen dann bereit gemacht. Auch die erwachsenen Wanderhäutrecken, with empty guts, die seien auch tiefgefroren worden. Dann hat man die Sachen untersucht, also die normalen Untersuchungen von Fleischprodukten und man hat herausgefunden, dass dieser Wert für die Gesamtmenge von aeroben Bakterium höher ist als in der normalen Produktionshygienevorschriften für Fleischprodukte. Das ist aber eigentlich auch logisch, denn ein Fleisch von einem gesunden Tier ist an sich eine sterile Materie, während dem ein ganzes Insekt natürlich Kontakt hat mit seiner Umgebung neben dem Darmtrakt und von daher natürlich logischerweise auch eine grössere Zahl von diesen aeroben Bakterien enthält. Aber nach einer zehnminütigen Hitzebehandlung hat sich dann das etwas auf das gleiche Level gesenkt. Dann schreibt man jetzt ein Unklar, wie viel Chitin für den Menschen erträglich sei. Die Europäische Kommission für Fußsicherheit schlägt 2,7 Gramm vor. Auch hier steht, dass das, wenn man 6% annimmt als die Menge, die ein Insekt enthält an Chitin, was ein extrem hoher Wert ist, dann würden etwa 50 Gramm oder 45, steht hier, Gramm solcher Insekten ausreichen, um diesen Grenzwert 2,7 Gramm zu erreichen. Aber 6%, das ist ein sehr, sehr hoher Wert, betrifft vor allem die Hemimetabolen, Insekten, Grillen, Heuschrecken usw. mit einem sehr grossen Chitin-Gehalt, auch adulte Käfer beispielsweise. Aber eine Puppe von Bombix Mori oder Samia Rizzini hat einen Chitin-Gehalt von weniger als 1%. könnte man also fünfmal mehr diese Tiere essen, um diesen Grenzwert zu erreichen. Das wären dann 250 Gramm. Das liegt weit über der Menge an tierischen Proteinen, die Menschen in Europa zu sich nehmen täglich. Was hier noch ein Zusatz ist, bei dem es in anderen Studien zum Teil fehlt, in der französischen zwar auch nicht, aber natürlich das Personal, das arbeitet in solchen Zuchten, auch geschützt werden muss vor allergischen Reaktionen, aber auch durch Staub und solche Sachen. Was sind die Conclusions, eigentlich die Zusammenfassung dieser Studie? Insekten müssen erhitzt werden vor dem Tiefgefrieren oder Einfrieren. Man muss in Betracht ziehen, dass es allergische Reaktionen geben kann, ähnlich wie bei Seafood. Und man soll eben nicht mehr als 45 Gramm pro Tag zu sich nehmen, dieser Insekten, wegen dem Risiko, dass man eine zu grosse Menge Chitin zu sich nimmt. Wie gesagt, das ist eine sehr, sehr fragwürdige Definition. Einfach so, weil das kommt natürlich extrem auf die Arten drauf an. Man soll das doch nicht einfach als ganze Insekten, es gibt eine Million Insekten, oder? Welches meint man denn da überhaupt? Man muss wirklich dann auch an diesen artspezifischen Eigenschaften zu sprechen kommen. Und solche Allgemeinplätze von Aussagen wie ganze Insekten 45 Gramm, das ist eine Aussage, die eigentlich nicht sehr hilfreich ist, gerade nicht in wissenschaftlichen Studien. Also, was ist der Ratschlag? Der Ratschlag, den diese Leute, die die holländische Studie gemacht haben, ist relativ klar und sehr pragmatisch. Betrachten Sie Insekten als Nahrungsmittel. Das ist mal das Erste. Instruieren Sie den Zuchtbereich oder Zuchtsektor dieser Industrie, sodass die Prozesshygiene eingehalten wird, ähnlich wie bei anderen Tieren. Also, die Haltungsbedingungen müssen festgelegt und überprüft sein und müssen natürlich eben gecheckt werden von bestimmten Leuten, die auch instruiert sind über diese Bedingungen. Dann, zusätzliche Forschung muss noch geleitet werden im Zusammenhang mit Allergiestudien. Und man soll auch für die Beschäftigten in solchen Insektenzuchten spezielle Regulierungen durchführen. Und dann noch weiter zu den mikrobiellen Grenzwerten, sozusagen, hat man hier einen Vorschlag gemacht. Die müssen also zuerst erhitzt werden, um das mikrobiologische Risiko zu reduzieren. Und dann stehen hier die Daten, die Grenzwerte für die einzelnen Untersuchungsgegenstände, die ganz ähnlich sind wie bei der normalen Fleischproduktion. Auch eine Haltbarkeit von einem Jahr scheint diesen Leuten hier etwas sehr lang, muss zuerst noch überprüft und bestätigt werden. Das in Kürze, dieser Bericht, das hat hier einige interessante kleine Facts noch drin. Das ist zum Beispiel ein Fakt. Man hat ganz aktuelle Daten über den Konsum von Fleisch von Holländern. Bei den Frauen sind das pro Tag im Durchschnitt 76 Gramm Fleisch. Die grössten Konsumentinnen im Fleischbereich sind 189 Gramm. Die Männer im Schnitt 119 Gramm. Also 50 Prozent mehr als die Frauen. Und die grössten Fleischesser in Holland konsumieren täglich über ein Viertel Kilogramm Fleisch. Und die Meinung dazu des Advisory Boards Eating Less Protein is one of the possible solutions to achieve a more sustainable diet. Ganz klar, also weniger Proteine von diesen Tieren essen ist eine mögliche Lösung, um eine nachhaltigere Ernährung zu garantieren. Man muss von Fleisch-basierten Proteinen wegkommen, zu more sustainable sources of protein. Dann heißt hier, several companies in the Netherlands are rearing insects that could be used to replace the animal protein in people's quarantines. Also es gibt schon mehrere, da steht several, mehrere Firmen, die Insekten züchten für den menschlichen Konsum. Ja, was sind denn das für Firmen? Und wie viele Tonnen Mehlwürmer produzieren beispielsweise die Holländer jedes Jahr? Oder wie viele Tonnen Gräsoppers für den menschlichen Bedarf? Hier sind die Daten, die sind erstaunlich, vor allem in einer Hinsicht, denn sie sind sehr niedrig. Insekts for Human Consumption in the Netherlands. Der Nebrio-Monitor, ca. 1500 kg pro Jahr. Alfitobius diaperi oder kleine Mehlwürmer etwa 1000 kg pro Jahr. Das sind die beiden Stoffe, die auch enthalten sind in diesen Mehlburger-Produkten, auch die in Belgien auch auf dem Markt sind. Und Locusta Migratoria, die Wanderhäuschrecke, bringt das auf 45 kg pro Jahr. Das sind etwa 25'000 Heusrecken, all jeweils 1,8 g. Das ist ein interessantes Effekt. Man zeigt, wie marginal dieser Markt überhaupt ist und dass diese Mengen extrem klein sind im Moment. Vor allem sind sie klein im Vergleich zu der unglaublichen Publicity, die man hat, wenn man irgendwo eine Heuschrecke in eine Pfanne wirft und dann zwei, drei Journalisten einlädt. Hier, das ist ein bisschen das Abbild dessen, was im Moment von der holländischen Industrie diese several companies im Moment produzieren. Es gibt ja auch in der französischen und belgischen Studie Hinweise auf diese Produktionen. Da hat man immer den Eindruck, es handelt sich um Tonagen. Das ist aber überhaupt gar nicht der Fall. Dann wird natürlich aufgeführt, was die Insekten für Vorteile haben und was für besondere Risiken. Was auch, wie immer wieder erwähnt wird, sind Probleme mit dem Darminhalt. Hier ist z.B. eine Studie zitiert, die gezeigt hat, dass Bakterien, z.B. Salmonellen, Entryditis, Echerichia coli, Campylobacter usw., sich selber im Darmtrakt von Insekten bevielfältigen können. Wenn man die Grenzwerte anschaut für die Prozesshygienekriterien für Fleisch, das sind die hier, dann kann man sie vergleichen mit den Resultaten bei den einzelnen Insekten. Die sind dann hier aufgeführt. Hier sieht man relativ klar, man muss vielleicht noch vorausschicken, das waren jetzt alles Insekten, die untersucht wurden ohne vorherige Erhitzung. Also das sind die ganzen Insekten. Das ist die Wanderheuschrecke, der kleine Mehlwurm, der grosse Mehlwurm. Man sieht, dass eigentlich innerhalb der zulässigen Grenze nur etwa 30% sind beim Wanderheuschrecke. Die frischen Tiere 100% beim Mehlwurmsnack, da waren verarbeitete Produkte offenbar, die erhitzt wurden. Da gab es auch keine Probleme im Hinblick darauf, dass diese Mengen an Mikroben überschritten wurden. Das ist ganz deutlich hier beim Wanderheuschrecke, kleinem und grossen Mehlwurm, bei diesen unbehandelten Tieren, dass hier die Grenzwerte bei den aerobenen Bakterien deutlich überschritten wurden. Also in dem Sinn, wenn das Fleisch wäre, nicht zulässig wären. Auch bei anderen Bakterien hat man Ähnliches gefunden, dass eigentlich die unbehandelten Tiere diese Grenzwerte grundsätzlich überschreiten. Man sieht hier die Zusammenfassung, 60% etwa der getesteten Insekten übersteigen die Kriterien für die Prozesshygiene von aerobenen Bakterien in Raw Materials Used in Meat Preparations. Aber das ist ja klar, durch die Erhitzung ändert sich dann das und dann sind auch die Insekten wieder in einem normalen Bereich drin. Ja, diese Studie hier geht natürlich dann auch hier weiter. Es ist etwa gleich dick wie die der Belgier, auch ganz genau 18 Seiten und 4 Seiten Literaturhinweise. Die zusammengefassten Conclusions sind, dass man natürlich, das sagt man wieder, sich da limitiert auf diese drei Insekten und das hat natürlich eine ganz schwerwiegende, würde ich mal sagen, Limitierung ist der Diskussion über essbare Insekten, nur auf diese drei dann zurückzugehen. Aber klar ist, keine frischen Insekten konsumieren, ähnlich wie bei den Pilzen, nur erhitzt konsumieren. Dann gibt es einen Hinweis auch wieder auf diese Grenze des Chitingehalts, auch da wieder leider wirklich unseriös gelöst hier, dass man nicht artenabhängig definiert wird, sondern einfach so, man sagt, der 5-10% eines Insektes ist Chitin. Das stimmt einfach so nicht und wahrscheinlich müsste das dann auch noch ein bisschen detaillierter angeschaut werden. Im grossen Ganzen aber ein sehr ähnlicher Bericht wie der der Belgier und als nächstes schauen wir es dann, wenn Sie Zeit und Lust haben, dann noch den Bericht der Franzosen an, der im Februar 2015 erschienen ist. Danke für Ihr Interesse. Danke für Ihr Interesse.